was wollten wir tun wir wollten wir haben hier 7.33 wir wollten loslegen und eigentlich eine kleine runde in die stadt da müssen wir mal so ein waypoint setzen die steuerung es ist zum verrückt werden es ist zum verrückt werden so was denn das was zum hänker ich bin doch schon 30 mal vorbeigelaufen oh shit wollte ich mal zur stadt gehen und dann sowas oh shit der war schlecht komm schon na komm noch eine ich lebe die fallen und aber gut schadens leben und 3 in die nüsse rein und der sack zusammen bleibt da unten na was hast du denn hier angelblei für wen auch immer das ist aber nur ein schuss also wunderschön aber das ist einfach nur ein schuss scheiße 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 wo 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 alles gesehen also ich will ja nicht angeben aber der war schon perfekt was zum hänker was geht hier ab das hat doch einer gebaut oder nett schon mal ein rucksack macht mir ein bisschen angst nett ne lederkappe ok pfeile 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 nur zwei ach federn fehlen uns so sehr das können wir lernen wo ist es lesen eine nette lederkapuze dann gehen wir mal auf die jagd nach federn und dann hat die wieder nach hause oder so 9.50 Uhr finde ich ja schon ein bisschen krass war vorher noch nicht da könnt ihr mir erzählen was ihr wollt da habe ich schon zehnmal dran vorbeigestiefelt obwohl da die echte weg ist und alles höh federn 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 aber hier A24 das war jetzt echt bombe oh man komm schon äh wo auch immer du liegst die primär nix wedern federn ich werde mit euch ihr guckt viel besser und belustigt euch darüber dass schon 43 mal an federn vorbei gerannt bin glaskrug ist super ein eimer müsste man herstellen dann kann man sich immer so wasser holen federn 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 gibt es doch gar nicht jetzt kommen die jungs wo ist schön heute hier um den von das war auch noch weil wir heute so lustig sind dein ernst so in die weichteile da lebt er noch der war spitze und gleich noch mal 30 herrlich schönes kino so einmal machen auch langsam knapp geworden da noch mal ein bisschen hier rumlaufen ja komm laufen wir noch ein bisschen hier rum waffenschmied level 10 nehmen wir mit federn irgendwelche mülltüten oder oder also manchmal nimmt das mir nicht irgendwo ein beißer hier in der nähe der hat aber nicht mal alle daten am zaun der ist ein bisschen verrückt was ist mit dem los komm schon komm schon komm schon habe ich mir doch gedacht der ist ja so gemein weil man nur ein kopfhörer drin hat daher leck ich mir gerade das herz in die hose gerutscht oh man doch ich mich erschrocken jetzt gehe ich schon drauf mensch wirklich ich habe die voll in die brust so und gute nacht ah der ist tot komm her man habe ich mich erschrocken das gibt es ja gar nicht und in das gebüsch rein jetzt gehe ich aber drauf mensch fassbar nix 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 ich glaube da wohne ich dass man da hinten rennt äh im nächsten leben vielleicht zwölf uhr 53 kann ich nicht nochmal fehlern herstellen hier kleiner stein sag ich nicht nein ok ach das war ich selber da stöhnt er einfach selber rum level zwölf da ist nochmal so ein spinner einfach mal ein bisschen hier raus um zu wissen was es hier alles gleich noch gibt nicht dass es irgendwo noch eine nette hütte hier gibt uh das ist ein richtiger fettsack wo bin ich jetzt bin ich hier dann laufen wir mal hier nochmal ein bisschen rüber überall das grünzeug ein bisschen abgrasen ha brüller diesen witz dürft ihr mit nach Hause nehmen und genießen so oft ihr möchtet oh federn läuft jetzt mit unsere feile aus 114 steine bräuchten wir nachher noch schön auch dass ihr die feile unterwegs einfach mal lässig herstellt 90 ist dem kalt oder ah ihm ist ein bisschen kalt dass man da aufpassen muss ne wie ein fuchs dass der junge uns nicht verfriert oh warte 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 seht ihr was oh da ist raus jetzt nimm schon dieses drecksnest dein ernst oh gut er legt mich doch im arsch ok nett da ist nochmal ein haus und keine weiße außenrum wie geht das denn und keine fallen juhu nett ne kerze kaputte tür das das guck mal uns an nichts drin da geht es ein bisschen runter da gehen wir es nicht rein oh ja hat sich gelohnt da ist das na Dosen na gut aber das war jetzt hier nicht gerade so Bombe jetzt ist es wieder zu warm da kriege ich doch einen Anfall ne jetzt muss man es wieder an aber wenn wir im Raum drin sind dann wird es wieder warm das muss man doch wissen ok die Hütte hat sich jetzt nicht so ganz gelohnt 1449 da lauf ich nicht hin ja genau wo 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 scheiße scheiße oh war das uncool was hat es uns gemacht ah wir sind nicht vergiftet das ist schon mal nicht schlecht du Arsch schleicht der Sack sich da an ach jetzt kommt schon 49 Pfeile später jetzt aber ja krieche ich halt noch ein bisschen rum hat er wieder nichts gehabt was war das jetzt was hat er uns da angetan heilen ach so also das mit der Temperatur das ist mir noch ein bisschen unkoscher jetzt laufen wir noch mal ein bisschen rum hier das ist ja einfach ein Rucksack wie geil ist das denn falsches Wasser Jagdgewehrlauf was schmeißt man denn dafür raus Dosen Katzenfutter äh das ist eine Delikatesse für Katzen du hast nicht vor das zu essen oder Hydrierung, Gesundheitssättigung jetzt mal unter uns kann man noch essen da hier wird schlimmeres da gibt es schlimmeres und herrlich lecker das mit dem Ding war auch nicht so schlecht wir sind voll gepackt eigentlich sollten wir nach hause hier anspringt guck in die Hand da läuft er uns entgegen nö du hast neun Fertigkeitspunkte ja uns fehlt aber noch einer so jetzt laufe ein bisschen schnurstracks hier runter cool cool dass wir aber auch so weit gucken können dort ist ein Vorteil ne 1625 komm dann gehen wir nochmal schnell nach hause und dann machen wir noch eine ganz kleine Tour na komm na komm die Füße in die Hand und los geht's komm kleiner Fettsack komm lauf stein irgendwo schreien sie wieder rum irgendwo schade dass da oben nicht irgendwie drauf steht wie viel Meter es noch sind bis zu unserem Ziel ach da sind wir ja schon juhu sind wieder zu hause ja jetzt kann er sich ausruhen der arme so komm schon hoff doch mal ein bisschen schneller da 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 jetzt also wie bin ich denn gelaufen ja gut einmal rum ich wollte euch nur heute zeigen wie es aussieht mehr nicht Momento trinken Cheers der kalte Tee das ist so lecker immer so nett jetzt sind wir wieder da wir sind wieder hier in unserem Revier schön wir haben eine Knarre gefunden aber nur eine Kugel das ist ein bisschen doof vor allem wissen wir nicht wie man Kugeln herstellt somit ist das alles noch ein bisschen so so mau mau eine Machete ist fett die dir ist übel und du hast blutigen Durchfall ok das ist ja gut zu wissen also das tun wir mal raus Öl tun wir raus das tun wir raus Jackgewehr blablabla nochmal Jackgewehr Teile ist ja schön dass wir davon zu viele haben Eier Nägel kurzes Eisenrohr das können wir da hin tun dann haben wir hier Blatt Papier das können wir da reinschmeißen nehmen wir mit und das kommt in die Klamotten Ecke was ist denn das andere um langsam zu heilen ok ok ja Gewehrlauf Tja Flasches trübes Wasser das nimmt man da falls wir eine Wasserstelle finden dann hauen wir das da rein das sind nochmal Federn Federn Rudig aus wir ziehen einfach dieses blöde Ding aus dann geht's auch jetzt halt komm scheiße schwarze Mütze haben wir hier jetzt halt komm so wir gehen drauf in den Müll wieder was hat er denn dünne Street 2 hier ist übel dann nehmen wir halt einfach Antibiotika so danke dafür Gehalt ah ok und das braucht jetzt ein bisschen gut wir lernen dazu eine nette Sache Steine haben wir das haben wir 1850 wir können noch mal kurz ausbüchsen ah das eine hätten wir auch noch nein wir laufen mal da ran schön dass da jetzt ein zwei rumlaufen einfach mal mittendrin durch die Suppe ja ist ja gut Decke oh da ist ein Bär nö den mögen wir nicht obwohl wir den anderen schon echt cool platt gemacht haben haben wir sollten dahin wie sollte denn ein wenig dahin ja ist ja gut oh Pfeile ah ja gut ein Ei oh ein Haus schön Zombies Zombies dann können wir hier noch einmal ein Haus machen Pfeilchen nehmen wir mit Plündern auf Level 5 da ist eine nette Lampe da ist eine scheiß Tür wo wir eh nicht reinkommen nett hier genau so aufgebaut wie das andere Ding genau das gleiche in grün genau das gleiche in grün ja gut ist ein Haus aber ist nichts weltbewegendes 20 Uhr so meine Damen und Herren wie sollten wir denn nach Hause ja jetzt müssen wir nach Hause sag ich noch irgendwo den Sack war jetzt gar nicht mal so schlecht dieser Ausflug heute haben wir eine Pistole gefunden und wieder eine Hütte okay okay oh du Scheiße ganz geil ganz toll oh sie wird schon langsam dunkel wie viel sind denn das? 1,2,3,4 na der Reiz ist so groß so so hoppla die anderen immer ein bisschen ein Auge behalten na na ach du Scheiße ach war das clever oh 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 man komm schon stürzt mich jetzt nicht ab das wärs jetzt wie viel haben wir? 21 uhr nett die haben wir gerne mitgenommen das Lebefeil und Bogen, schöne Stiefel das hat sich gelohnt da wurden die einfach hier gespawnt ich habe mich schon gewundert warum ist denn hier nichts? wir haben einen fucking Kochtopf habt ihr das gesehen? wir haben einen Kochtopf geil geiler Scheiß Schlafsack aufzuheben ja gut, jetzt nehmen wir den mal mit ja, ich weiß, es wird langsam spät wir schauen uns später alles an oh, nett ja meine Damen und Herren da wart ihr leider so, jetzt wird es dunkel und wir sind immer noch draußen schönes Teil so, jetzt gehen wir aber ganz schnell nach Hause hier jetzt